Bitte, nehmen Sie bitte Platz, nehmen Sie bitte wieder Platz, weil ich kenne das nur dann, wenn alle aufhupfen, müssen Sie zum Bus und fahren haben. Jetzt weiß ich seit Februar, dass dieser Abend kommen wird, dass ich heute Abend hier in Wiener Neustadt in der Arena Nova vor Ihnen stehen darf. Zum allerersten Mal in meinem Leben als Moderator des legendären Musikantenstabels. Jetzt ist Stabu-Zeit, wir sind so weit, wir haben uns auf heut' der Freut, die Gäste sind schon hier, jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Jetzt ist Stabu-Zeit, du bist bereit, wir haben wunderschöne Zeit.